Das ist die Tür. Wenn wir die um 3 Uhr nachts betreten, ihr wisst nicht, was für heftige Scheiße dann passiert. Jo Leute, heute haben wir ein echt gruseliges Thema. Und zwar geht es um den Waffenschoppen in Tumbleweed. Ich weiß nicht, ob ich diesen Ort hier richtig ausgesprochen habe. Aber in diesem Waffenladen gibt es eine Tür. Die solltet ihr niemals um 3 Uhr nachts betreten. Wir haben hier 2.50 Uhr. Und um die Tür, um die es sich handelt, die ist genau hier. Das ist die Tür. Wenn wir die um 3 Uhr nachts betreten, ihr wisst nicht, was für heftige Scheiße dann passiert. Also Leute, wenn ihr das Video hier guckt, dann müsst ihr wirklich schon krasse Nerven haben. Weil was hier passiert, das ist echt viel zu heftig. Wir sollten jetzt 3 Uhr nachts haben. 3 Uhr 4. Das ist perfekt. Wir gehen jetzt durch diese Tür durch. Oh Mann, Leute, ich habe so Angst, was jetzt passiert. Und Leute, macht das auf keinen Fall nach. Das ist viel zu heftig. Was ein Clickbait-Video. Was ein Clickbait-Video. Was ein Clickbait-Video ist das hier. Das ist echt krass. Wir haben schon 3 Uhr 26. Boah, ey, das ist heftig. Das ist heftiger Clickbait, Leute. Hey Leute, erstmal das Video war nicht ernst gemeint. Sorry, wenn das jetzt zu heftig war. Mit dem Clickbait. Wenn du noch weitere lustige Videos von mir sehen willst, dann kannst du gerne mal auf meinem zweiten Kanal vorbeischauen. Denn dort habe ich ein paar lustige Videos online. Und dort werden auch in Zukunft weiter lustige Videos kommen. Da diese lustigen Videos aber einen relativ hohen Aufwand haben, werden dort nicht so oft Videos kommen. Aber es werden Videos kommen. Deswegen, wenn du mehr von mir sehen willst, dann kannst du meinen zweiten Kanal gerne abonnieren. Wenn dir langweilig auf YouTube ist, kannst du gerne mal die Videos durchschauen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und unterstützen. Ich wäre an dieser Stelle raus. Haut rein und ciao. Und ich werde so ein Video hier nie wieder bringen. Nie wieder. Ey, ich mach's nie wieder. Mist. Musik Sch utsch Musik 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 Musik